Yo Leute, zurück bei Red Faction und wir müssen erstmal das Spiel laden und ich hoffe mal, das funktioniert jetzt hier alles, nachdem jetzt eben, als ich irgendwelche Tasten gedrückt habe, immer wieder die Aufnahme abgekackt ist, beziehungsweise es immer so war, dass das Spiel sich mehr oder weniger in den Hintergrund geschalten hat und ich dann immer wieder die Aussetzer in der Aufnahme hatte, habe ich richtig Laune drauf gehabt, jetzt geht's gerade, also ich kann mich schon mal bewegen, ohne dass irgendwas ist, das freut mich doch schon mal So, ich habe das hier jetzt glaube ich schon gemacht, also eben habe ich das auf jeden Fall gemacht, ich weiß gerade nicht, ob wir beim letzten Mal auch schon hier waren Auf jeden Fall muss ich das jetzt hier nochmal machen Ich weiß halt echt gerade nicht, ob ich hier schon war, ich glaube aber nicht Ich glaube, das war hier der letzte Checkpoint, bei dem wir stehen geblieben sind Ich gehe mich natürlich umgucken, weil wir wissen ja, es kann ja überall was drin sein Und hier ist ja schon mal was Ah, das geht nicht doch Okay, hier ist auch noch ein Weg Wo müssen wir, ah okay, wir müssen zurück, das ist dann super Weil dann können wir uns nämlich hier umgucken Manogewehr Action Das hat's nicht gebracht, ne? Ach, das ist so ein dicker, sicher jetzt erst Egal, der kriegt auch aufs Maul Äh, wo waren Okay, da war das Na? Shit Okay Shit Also ich muss sagen Ich glaube, ich tausche das Nanogewehr mal ein Weil, äh, irgendwie, das bringt's gar nicht Wir nehmen mal das hier dafür So Ich werde das hier mal kurz sprengen Einfach damit wir dann Einen besseren, schnelleren Das hat's gar nicht gebracht Totale Scheiße Jo, wahrscheinlich Das hat's auch nicht gerade gebracht Ist aber riskant hier Also Ich könnte es auch schnell reinfallen Ich muss sagen Oh Äh, ich hab ja jetzt Die Esther Let's Play Das habt ihr ja jetzt schon lange gesehen Also was heißt lange Aber das habt ihr auf jeden Fall schon gesehen Und, ähm, ich muss sagen Ich fand das schön Mal so ein ruhigeres Spiel zu spielen Und vor allem Äh, kann ich überhaupt was kaufen? Nö, brauch ich tausend für Scheiße Äh, und vor allem Fand ich auch Ist das mal was ganz anderes Ich hab ja bis jetzt, glaub ich Nur Limbo gehabt Was einigermaßen ruhig war Und da fand ich War das mal eine nette Abwechslung Jetzt vor Titanfall Vor allem, weil Ich mein, wenn Titanfall rauskommt Kommt auch übel viel Content Ich glaub Ihr werdet sogar die ersten Titanfall-Videos sehen Bevor ihr diesen Part hier seht Also, ähm Naja Deswegen Da müssen wir hin Dann geh ich kurz Hier hin Da ist nämlich noch Money Ah, und hier ist vielleicht Der restliche Teil Den wir brauchen Ja, jetzt haben wir tausend Komm, wir kaufen einfach eine Verbesserung Äh, und Ich muss auch sagen Ähm Diesen Dieses Ein-Action-Kracher Nach dem anderen zu spielen Ist jetzt nicht so geil Finde ich Persönlich Also Natürlich werde ich überwiegend Action-Spiele auf meinem Kanal haben Alleine schon Weil ich halt auch persönlich Solche Spiele Vollfeier Und die Spiele Aber Ähm Auch weil Keine Ahnung Ich mein Der größte Teil Von den Spielen Die ich jetzt irgendwie so Ähm Ich sag mal Spiele Oh, das ist natürlich nicht schlecht Nein Nicht das Das So Ähm Ist halt Tatsächlich so was Selbst wenn mir die Spiele Nicht gefallen Ist das halt meistens so Dass es irgendwelche Action-Spiele sind Von daher ist das schon besser Wenn ich dann Mehr Action-Spiele auf dem Kanal habe Weil Natürlich Weil ich Ähm Persönlich dann Diese Spiele auch lieber spiele Und ähm Ich werde jetzt auch nicht irgendwie Nur noch irgendwie so ruhige Sachen spielen Oder überwiegend Oder mehr Oder was auch immer Das war jetzt einmal Das war ganz nett Und ja Okay Wir müssen Ach jetzt müssen wir zurück Na super Okay Ähm Ach ne Die schon wieder Wo ist er So Down Das war doch mal leicht Hier müssen wir hin Ach Hier waren wir noch gar nicht Das ist ja auch nett Sicher Dass wir hier hin müssen Ne Das war nämlich gar nicht Aber Da war noch was Das ist auch nett Ah Wir müssen doch hier rein Okay Gucken wir mal Hier ist ein Generator Wir müssen wahrscheinlich nach oben Also ich muss sagen Ich hab Äh Vor jetzt In nächster Zeit Oder Vielleicht läuft das sogar schon Wenn ihr das Video jetzt hier seht Äh Was soll ich jetzt hier Reparaturgranate Okay Soll ich die Fähigkeit lernen Das wäre nämlich ein Problem Ne Ich glaub das haben wir jetzt Ja Die haben wir jetzt einfach so bekommen Geil Oh hier sind viele Gegner Äh Habe ich vor Diablo 3 zuletzt Playen Habe ich das jetzt schon gesagt Auf jeden Fall ist das der Plan Und ich werde dann Ähm Jetzt vielleicht läuft das sogar schon Wenn ihr Alter Wenn ihr jetzt hier das Video seht Läuft das vielleicht schon Oh Und Ich hoffe mal Es kommt gut an Weil ja jetzt gerade auch wieder So ein bisschen Diablo Sag ich mal Im Munde Oder wie heißt das Auf jeden Fall wird gerade wieder Darüber geredet So meine ich das Ähm Weil er jetzt bald März Müsste das jetzt auch sein Äh Reaper of Souls ansteht Und ähm Also das Addon Das werde ich zwar jetzt nicht bringen Aber ich werde einfach nochmal So die normale Story von Ähm Diablo 3 Euch nahe legen Weil An sich ist das Spiel wirklich klasse Vor allem gab es ja jetzt ein riesiges Update 2.0.1 oder so Irgendwie sowas Äh Wo ja jetzt ein neues Loot System drin ist Und alles Also Ähm Wo jetzt Ähm Ja Wie sagt man Äh Auch so die Menüs Ganz anders ausgearbeitet sind Und alles Das ist schon recht praktisch Und gut gemacht Muss man sagen Ich persönlich finde das richtig cool Und ich muss auch sagen Ich hab momentan richtig Lust wieder auf Diablo Und hab mir deswegen auch halt gedacht Warum sollst es dann nicht einfach Direkt let's playen Wenn es doch eh dann Irgendwie nochmal zockst Ich wollte das eigentlich let's playen Als es raus kam Aber irgendwie Habe ich das komplett verpeilt Was da von solchen jetzt reparieren Ah Okay Und das da wahrscheinlich Ne Einfach hier noch dran Da noch dran Ah okay Ja und das ist der Grund Warum Ich jetzt Diablo let's playen möchte Beziehungsweise werde Ich hoffe mal Das wird nicht allzu lange Ich sag auch noch nicht hundertprozentig Dass ich das let's playe Ich sag mal lieber Dass ich das so zu 50% Let's playe Weil ich von Bock drauf hab Weil ich von Bock drauf hab Okay Ich muss dir gerade mal ein Test machen Ich musste gerade mal was ausprobieren Aber es scheint alles okay zu sein Ähm Das ist mir ein bisschen zu schade So Jetzt muss ich doch da lang Ne jetzt muss ich wieder hier lang Achso das zeigt mir immer Den Idealweg an Geh ich erstmal hier hin Weil hier seh ich schon Manie Und hier sind aber wieder Viele viele Gegner Ist das ein dummes Alien Das ist Das setzt sich einfach an dieses Explosive Teil ran Was will er jetzt Also ich muss sagen Der Raketenwerfer Ist jetzt nicht so krass Haust du ab immer Alter Ach da war ein Nest Na warum markiert der denn nicht Geht doch Ah der war doch markiert Warum ging das jetzt nicht Tschüss Ach hier ist auch noch so ein Nest Okay Jetzt langsam wird es ein bisschen eng hier Abflug Okay Ich habe auch keine Muni mehr Warum Was ist denn das für eine Markierung Oder für einen Zielsucher Der nicht mal richtig funktioniert Okay der ist tot Das war schon mal Recht praktisch gerade Ich nehme an Ja ich weiß Ich muss hier lang Okay Alter Ich frage mich Ob das die Gegner Ein eist Oder ein friert Eher Ein eist Gibt es ja gar nicht Da ist Muni Das ist schon mal sehr gut Okay Mir hat es jetzt nur Schaden Gemacht Vielleicht explodiert es ja auch nur Oh jetzt muss ich den Scheiß hier in die Luft jagen Oder aus dem Weg schaffen einfach Ja damit Zurück So Geht doch Wow Das war doof Das ist an sich schon sehr praktisches Tool muss man sagen Also wenn man überlegt Dass man jetzt Hingehen könnte Und sagen könnte Einfach mal weg Und dann reparieren Ach unsichtbar Geht weg Ihr stinkt Hör mal Jetzt 15 Minuten Sehe ich gerade Und ich habe gerade den Typen glaube ich Mit der Druckwelle weggeworfen Oder Ich sammle ganz gemütlich hier erstmal Die Sachen ein So Dann repariere ich hier das mal Ist hier noch irgendwo was Da ist noch was Wo ist der Unsichtbare Da ist der Unsichtbare Wow Nein 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 Alter Ich könnte auch Ah das geht ja gar nicht Ist ja doof Warum geht das nicht Komm her Das geht Ist ja doof Lebt der noch Ne der ist tot Okay So Einfach mal in die Luft jagen Muss ja eh zurück Von daher Oh Hättest du dir aber auch gedacht So Ich glaube da unten Lag jetzt noch ein bisschen Barschrott Aber das ist mir egal Man kann ja nicht alles einsammeln Und ich werde jetzt auch erstmal einen Cut machen Und melde mich dann einfach gleich zurück Bis dahin Und haut rein Klick jetzt auf den Fernseh Um mein letztes Video zu sehen Kein Bis zum nächsten Mal Tschüss Schöne Das ist mir nicht immer noch ein bisschen Und da ist mir noch ein bisschen Ich bin